Habt ihr eingeschaltet? Ich weiß, es geht um ein Problem. Schlaflos in Seattle. Was denn, du hast beim Sender angerufen? Er hat am Heiligen Abend bei so einer Radioselsorge angerufen und hat gesagt... ...dass sein Vater eine Frau braucht. Und diese Irre zwingt den Mann tatsächlich ans Telefon und sagt... ...was war so besonders an ihrer Frau? Naja, Dr. Marsha Filston, ich denke, es war ihre... ...Magie. Schlaflos in Seattle? So hat sie ihn in der Sendung genannt, weil er nicht schlafen kann. Und jetzt wollen 2000 Frauen seine Nummer. Lieber schlaflos in Seattle. Sie sind der tollste Mann, dem ich je das Ohr geliehen habe. Er könnte ein Junkie sein. Er klang wirklich sehr nett. Die Chancen, in Marsmatchen zu treffen, sind größer als mit 40 Ehepartnern zu finden. Quatsch, die Statistik kann nicht stimmen. Hast du recht, irgendwie stimmt sie nicht. Aber dem Gefühl nach doch. Sandy hat deine Freundin, Glenda, sie ist Gewichtshäberin. Nun, ich will damit nicht sagen, dass ihr Nacken dicker als ihr Kopf ist. Nein, 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 ich habe gesagt, dass du mir helfen sollst. Was ist mit Walter? Walter und ich haben uns verlobt. Heute, das darf ich voll sagen, bin ich der glücklichste Mann, der auf Erden Lust wandelt. Er ist völlig p-p-p-p-p-plex. Wann warst du das letzte Mal mit deiner Frau? Ähm, Jimmy Carter, 78. Inzwischen ist viel passiert. Es ist verrückt, ich muss dauernd an einen Mann denken, dem ich noch niemals in meinem Leben begegnet bin. Er lebt in Seattle. Es regnet dauernd in Seattle. Ich weiß. Tiramisu. Was ist Tiramisu? Müsste schon sehen. Eine Frau will, dass ich es mache und ich weiß nicht mal, was es ist. Du wirst es lieben. Und was, wenn ich ihn nie kennenlerne, wenn er mein Schicksal ist und ich ihn nie kennenlerne? Dann ist dein Schicksal dein Verhängnis. Ich möchte sie kennenlernen. Papi, lies das, das ist irre! Wo ist Seattle? Stimmt. Wo ist Baltimore? Genau da! Sieh mal, 1, 2, 3, 4, ungefähr 26 Staaten dazwischen. Aber was ich bestimmt nicht will, ist eines Tages dastimmen und mich fragen, was hätte sein können. Und wissen, ich hatte es in der Hand. Ist das verrückt? Ich will dir doch nur erklären, worauf Frauen gucken. Muskeln und einen strammen Arsch. Die finde ich super. Auf keinen Fall werden wir ein Flugzeug besteigen, um eine Frau kennenzulernen, die eine irrekranke Wahnsinnige sein könnte. Hast du verhängnisvolle Affäre nicht gesehen? Jetzt kann man nicht mal Nachrichten hören, ohne dass irgendeine Tussin-Typen erwähnt, dessen Hintern sie süß findet. Äh, wie findest du denn meinen? Na ja. Nicht übel, ha? Ja. Könnte schon einer ins Grübeln kommen, hä?